Maria, ich werde dir kein Geld leihen. Aber ich mache dir ein Angebot. Du verkaufst mir die Bahn und arbeitest für mich als Geschäftsführerin. Das geht nicht. Da bräuchte ich die Unterschrift von meinem Vater. Dann besprich's mit ihm. Jetzt sind Ansichtser, jetzt sind wir in dem Wasser. Jetzt sind wir in dem Wasser. Ich bin in dem Wasser. Was ist das? Ich muss das nacken. Amen. Amen.